Immobilien in Paraguay – Warum es eine der besten Investitionen ist Du suchst nach einer rentablen Immobilieninvestition? Während die Immobilienpreise in Europa explodieren, bietet Paraguay eine unglaubliche Gelegenheit für Investoren. In diesem Video erfährst du, warum Paraguay der perfekte Ort ist, um in Immobilien zu investieren und wie du von einem erfahrenen Makler wie dem Team von Remax Creation profitieren kannst. Kapitelübersicht 1. Warum Paraguay eine Top-Investition ist 2. Die Vorteile von Remax Creation und dem Immobilienmakler 3. Was macht Paraguay so besonders? Das Petra Tower-Projekt, eine neue Ikone in Asunción 5. Wachstum und Chancen auf dem Immobilienmarkt in Paraguay Warum immer mehr Menschen nach Paraguay auswandern 1. Warum Paraguay eine Top-Investition ist Paraguay erlebt derzeit einen Bauboom, der weltweit Aufmerksamkeit erregt. Die niedrigen Preise, das stabile Wirtschaftswachstum und eine wachsende Nachfrage nach Wohnraum machen es zu einem Hotspot für Investoren. In den letzten 18 Jahren stiegen die Grundstückswerte um durchschnittlich 20% pro Jahr. Eine unglaubliche Rendite im Vergleich zu anderen Ländern. Die Vorteile von Remax Creation und dem Immobilienmakler Wenn es um Immobilien in Paraguay geht, ist Vertrauen entscheidend. Mit über 25 Jahren weltweiter Erfahrung bietet das Team von Remax Creation den besten Service für Käufer und Investoren. Egal, ob du ein Haus, Grundstück oder mehrere Hektar Land suchst, der Immobilienmakler steht dir als persönlicher Ansprechpartner zur Seite. Was macht Paraguay so besonders? Paraguay ist nicht nur ein wirtschaftlich stabiles Land, sondern auch eines mit niedrigen Steuern und günstigen Immobilienpreisen. Junge Familien und Auswanderer strömen nach Paraguay, vor allem aufs Land, um von den Möglichkeiten zu profitieren. Der Bauboom in Paraguay, insbesondere im Großraum Asunción als auch in Raum Cordillera, schafft spannende Investitionsmöglichkeiten. Das Petra Tower-Projekt, eine neue Ikone in Asunción. Mit dem Bau des 170 Meter hohen Petra Tower entsteht das neue Wahrzeichen Asunzions. Dieses Großprojekt zeigt, dass Paraguay nicht nur in Sachen Wachstum, sondern auch in Bezug auf innovative Bauprojekte weltweit mitspielt. Das Team von RE-MAX Creation arbeitet eng mit den Entwicklern zusammen, um dir die besten Immobilienangebote im Petra Tower und Umgebung zu bieten. Wachstum und Chancen auf dem Immobilienmarkt in Paraguay. Die Nachfrage nach Wohnraum in Asunción wächst stetig. Über eine Million Menschen pendeln täglich in die Stadt, was den Bedarf an neuen Wohnprojekten weiter ankurbelt. Die Immobilienpreise sind im Vergleich zu anderen südamerikanischen Hauptstädten sehr günstig. Das bedeutet, dass du jetzt investieren solltest, um später von den steigenden Preisen zu profitieren. 6. Warum immer mehr Menschen nach Paraguay auswandern Paraguay ist seit Jahrzehnten ein beliebtes Ziel für Auswanderer, besonders aus Deutschland und aus der Schweiz. Die geringe Besteuerung, das angenehme Klima und die niedrigen Lebenshaltungskosten machen es zu einem attraktiven Ort zum Leben und Arbeiten. Die Region Cordillera mit Städten wie Piribabay und Carcupe zieht besonders viele Menschen an. Wenn du in Paraguay investieren oder sogar dorthin auswandern möchtest, bist du bei Remax Creation in den besten Händen. Hol dir jetzt deine kostenlose Immobilienbroschüre und erfahre, wie du vom Boom in Paraguay profitieren kannst. Alle Infos dazu findest du in der Beschreibung.